Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bei der dritte deutsche Whisky-Messler hier in Wuppertal gemeinsam mit... Oliver Lange vom Kimse Whisky. Super, also wir haben schon einen Livestream gemacht mit Rudi und auch mit dem Käfer. Der war dann da und du auch. Und da ist es da, wo mein Internetrauter beschlossen hatte, neu zu starten. Das war echt das einzige Mal. 120 Livestreams und noch nie ein Problem wie bei dir gehabt. Sorry. Wir machen es wieder gut jetzt hier heute. Ich habe auch dein Whisky schon nach Kanada geschickt. Es gibt auch Englisch bei Foodquake. Der hat eine Million Views dann gehabt. Er hat auch dein Whisky schon verkostet auf Englisch. Also wir sorgen für Internationalität. Genau, Kimse kenne ich einfach nur vom Urlaub. Was heißt das, dass es dort Whisky gibt? Ja, wir haben natürlich alle Voraussetzungen, die man denke ich mal für Whisky-Brennen haben sollte. Erstens einmal natürlich die Liebe zum Whisky. Ja. Schöne Landschaft, Rohstoffe, Wasser, Natur. Also alles, was so dazukommt. Ich bin gelernter Brauer und Braumeister. Habe in Weinstephan Brauwesen studiert und wir haben eine kleine Brauerei und das ist natürlich die Ausgangsposition auch mal schön Whisky zu machen oder machen zu können. Super, sehr gut. Ihr habt eigentlich zwei Hauptprodukte, eine Single Mold und einen Quarter Cask. Richtig? Oder kommt noch mehr dazu? Wir haben Single Mold, dann Quarter Cask und Sherry Cask Finish. Oh, den Sherry Cask Finish habe ich bisher noch nicht gehabt. Momentan sind sie leider ausverkauft. Gibt es wieder ab 1. Dezember. Wir machen jedes Jahr ein kleines bisschen mehr, aber es ist immer wieder auch genauso schnell wieder weg. Aber ab 1. Dezember gibt es wieder Sherry und Quarter Cask Finish. Super. Also euer Flaschendesign erstmal finde ich hübsch. Sehr, sehr, sehr hübsch. Also sehr gut gemacht. Bisschen schwierig bei Fotografieren mit dem reflektierenden Gold. Ist auch bewusst, aber sieht sehr, sehr gut aus. Auch Flaschendesign. Und dann auf der Rückseite steht immer dann hier welche Fastnummer, glaube ich auch. Fastnummer und Flaschennummer. Genau, Flaschennummer. Was heißt immer noch Single Cast Abfüllungen jeweils. Was kostet eine Flasche? Die kostet bei uns im Shop 43,80 und das ist so der Preis für, Standardpreis für die 0,5 Liter Flasche. Super. Und der Quarter Cask ist auch ausverkauft oder gibt es den auch? Leider momentan auch ausverkauft. Dieses Jahr hat er ungefähr bis März, April gereicht. Im Dezember bis März. März, April. Ich glaube, dieses Jahr ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass der Quarter Cask ein bisschen länger reicht, aber es wird sich sehen. Wir werden es sehen. Also vom eigenen Volk ein bisschen überrollt. Sehr, sehr schön. Wo kann man euch finden im richtigen Leben? Kann man euch besuchen und online? Bei uns kann man natürlich vorbeischauen. Wir haben also so die, wir haben zweimal in der Woche eine Führung. Immer Mittwoch und Samstag um 15.30 Uhr. Da muss man sich nicht anmelden, aber vielleicht einmal ins Internet reinschauen, auf unsere Seite, weil wir haben natürlich auch mal ganz selten, dass mal einer ausfällt, dass ich mal ausfalle oder was. Aber normalerweise finden die außerhalb im November immer statt. Und wie gesagt, wir haben natürlich eine kleine Gastronomie auch dabei. Und wir sind also sehr gut erreichbar. Wir liegen eigentlich in der Nähe der Autobahn München-Salzburg. Also wenn man von der Autobahn aus vergraben steht, runter fährt, sind es auf direktem Weg nach ungefähr zwei Minuten erstmal vor der Destillerie. Super. Und online www? Kimsee-whiskey.de. Also k-y-m-s-e-e-i-s-k-y.de. Super. Also es bleibt bei diesen drei Abfüllungen und kommt ein neues dazu irgendwann. Wir haben dieses Jahr einen Triple Oak abgefüllt. Der war aber dann auch im Juni weg. Es könnte sein, dass wir, nächstes Jahr habe ich vor, nochmal einen Triple Oak auch aufzulegen. Der sollte dann bis Richtung Sommer reinreichen. Und wir haben noch ein Whisky im Ex-Bannerhafen-Fass gelagert. Der ist sehr hell, aber rauchig. Hat eine schöne Rauchigkeit. Und der wird als Fassstärke abgefüllt. Aber da wird es, das ist nur, wir haben ungefähr 150 Liter. Das werden also nur wenige Flaschen werden. Ja genau. Maximum 300 Flaschen dann davon. Super. Also ein Triple Oak heißt dann Ex-Bourbon-Fässer. Neue Oak-Fässer. Was sind die drei Fässer? Die drei Fässer sind kurz belegtes Bourbon. Dann Quarter Cask von den Garrison Brothers aus Texas. Und das dritte ist Oloroso Shardifass. Super. Hört sich gut an. Da muss man schnell sein. 1. Dezember. Immer wieder kommen neue Sachen raus. Sehr gut. Also gönnt euch was zum Advent. Ja. Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners gemeinsam mit. Oliver Lange vom Kimsey Whisky. Tschüss. Servus.